rein da rauf da Es geht weiter Leute, Freispiele, wir hatten 50 Freispiele an der Pause gemacht Ich dachte er ist dreimal vorbei geflogen oder so Halt's Maul Ey der ist so heiß Bruder 60 Freispiele wär schon Tam Güzel Chock Chock Echt jetzt Ey was ist los mit dir Er gibt Bälle Als ob wir hier bei Kennst du diese Becken wo man in diese Bälle gesprungen ist Ja ja Als ob er hier mit Murmeln werfen würde Hüpfburg mäßig Hüpfburg aber mit Dings Mit Ballburg Mit Laufen Kennst du diese Laufburg Ich fand das immer geiler als Hüpfburg Weil bei Laufburg ich war immer Beste Dukburg war auch geil Liekeburg auch Mich ärgert diese Scheiße Weil ich muss in 3 Monaten teilen Bruder Adnan, das ist echt kein Leck gerade Komm Er gibt auf den letzten nochmal War das der letzte Dreher Das war der Zerdreher einfach Ey Leute teilt alle den Stream Leute Alle teilen 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 Es geht jetzt los Ey sech... Sag mal ehrlich Hast du schon mal bei Crystal 60 bei Crystal nicht? Nee das ist schon Überdosis oder nicht? Bruder... Ich sag mal so der eine oder andere wäre schon gestorben So Warum stehen wir noch überhaupt nicht? Heftig Wie? Zu vieles? Nee All das Diga Mehr kann man echt nicht erwarten Aber Mehr kann man echt nicht erwarten Aber Ich kann doch Ich kann doch